Wenn Truffaut von Erinnerungsbildern spricht, entstammen sie seinem ganz persönlichen Film, dem seiner Kindheit im Paris der 40er Jahre. Einem Paris des rechten Seineufers im 9. Arrondissement, des Montmartre-Hügels und des Quartiers de Batignoll. Ein Paris, das nichts mit den Hochglanzbildern von heute zu tun hat. Damals belagern noch keine Touristen, Sacré-Cœur und jedes Stadtviertel gleicht noch einem eigenständigen Dorf. Ein Ort der Freiheit und der Kinos. 1959 hält er diesen Ort in seinem Meisterwerk, sie küsten und sie schlugen ihn auf der Leinwand fest. Es ist der erste von fünf Filmen über Antoine Douanel, Truffauts alter Ego, der von Jean-Pierre Leo verkörpert wird. François Truffaut zeigt Paris auf eine nie dagewesene Art und Weise und schafft einen Gegenentwurf zu den Studiofilmen der damaligen Zeit, die in Kulissen spielen. Mit der Kamera fängt er seinen Blick auf das Leben ein, wie es sich auf der Straße abspielt. 1959 ergattert der erst 27-jährige Regisseur beim Festival von Cannes den Preis für die beste Regie, für Sie küsten und sie schlugen ihn. Die etablierte Filmindustrie wird von der entstehenden Nouvelle Vague hinweggefegt. Es ist ein etwas verstecktes Viertel, unterhalb des Montmartre und nur einen Steinwurf vom Moulin Rouge und dem Place Pigalle entfernt. Ein Wirrwarr aus steilen Straßen mit Prachtbauten aus dem 19. Jahrhundert, wie von der Antike inspiriert. Sie bringen dem Viertel den Beinamen Neu-Athen ein. Ein Viertel, das von Künstlern sehr geschätzt wird und in dem gleichzeitig viele einfache Menschenleben. Kleine Händler, Handwerker und die sogenannten Loretten, Frauen, die auf den nahegelegenen Boulevards ihre Reize darbieten. Hier wächst der 1932 geborene François Truffaut auf. Es ist ein typisches Pariser Viertel, ein richtiges Postkartenmotiv. Doch diese pittoreske Seite hat Truffaut sicher nicht gesehen. Damals leuchteten die Häuserfassaden nicht wie heute, sie waren grau und schwarz. Genau wie Truffauts Kindheit in diesem Viertel nicht sehr glücklich war. Diese Lebensphase verarbeitete er in seinem ersten Film, sie küssen und sie schlugen ihn, der hier gedreht wurde. Truffaut wohnte in der Rue Navarra, keine 100 Meter von Antoine Douanel entfernt, der dort auf der Place Toudouze, Nummer 4 lebte. Alles wurde in der Nachbarschaft aufgenommen. Er zeigt ein Paris, das es heute nicht mehr gibt. Man gelangt heute nicht mehr einfach so in die Hinterhöfe. In einem Truffautfilm benutzt niemand eine Gegensprechanlage. Damals war es ein Arbeiterviertel, das sieht man auch im Film. Er zeigt eine kleine, einfach eingerichtete Wohnung. Die Eltern sind Angestellte und führen ein bescheidenes Dasein. Erstaunlicherweise ist es überhaupt nicht deprimierend oder schwarzmalerisch. Es hat etwas geradezu Poetisches. Von den Eltern vernachlässigt tröstet sich der junge Truffaut damit, mit seinem Freund Robert durch das Viertel zu streifen. Robert teilt sein unglückliches Schicksal. Auch er ist sich selbst überlassen. Im Film wird aus Robert René. Wir verlassen das Viertel mit den engen Straßen, um ein wenig Weite zu finden. Das ist ziemlich symbolhaft, denn in Sie küssen und Sie schlugen ihn, verstecken Antoine Douanel und sein Freund ihre Ranzen in einer Toreinfahrt, am Anfang der Avenue Trudenne, weil sie die Schule schwänzen. Und mit einem Mal sind sie frei. Sie können einen Tag ohne die Eltern verbringen, weit weg von der Schule. Ihr Abenteuer beginnt. Das Abenteuer verbirgt sich an der nächsten Straßenecke. Die beiden Freunde eilen den Montmartre hinunter und erkunden unbeschwert die Stadt. Ähnlich wie Victor Hugo's Gavroche schlendern sie über den Mittelstreifen des Boulevard Rochechoir, wo sich einst die Pariser Stadtmauer befand. Hier waren die Cabarets, Cafés und Varieté-Theater. Es war ein Vergnügungsviertel. Pigalle dürfte allen bekannt sein. Aber auch Jahrmärkte wurden hier aufgebaut, auf denen es allerlei zu entdecken gab, was Kindern natürlich gefällt. In Truffauts Film ist all das zu sehen. Der junge Antoine Doanel probiert eine beeindruckende Attraktion aus, den Rotor. Eine Art Trommel, die sich schnell um die eigene Achse dreht. Für ihn ist das ein wahrer Glücksmoment. Ein Moment der Freiheit. Den jugendlichen Truffaut zieht eine andere Attraktion in seinen Bann. Von Barbès bis zur Place du Clichy befinden sich an die 30 Kinos. Darunter das größte der Welt, der Gaumont-Palace mit 6000 Plätzen. Von diesen 30 Kinos sind heute nur noch eine Handvoll übrig. Die meisten wurden zerstört. In Barbès ist vor einigen Jahren glücklicherweise ein echtes Juwel aus der Asche auferstanden. Das Luxor. Das 1921 eröffnete Kino im Art-Decot-Stil ist vom alten Ägypten inspiriert. In den 80er Jahren wurde der historische Bau geschlossen. Nach einer Renovierung konnte er 2013 wieder eröffnet werden. Heute hat das Luxor wieder seinen einstigen Glanz aus der Zeit, als das Kino noch die Boulevards beherrschte. Menschen aller Schichten gingen mehrmals pro Woche ins Kino. Es war die wichtigste Freizeitbeschäftigung für die ganze Familie. Es gab noch keinen Fernseher und es kostete nicht viel. Man sah sich Kassenschlager in den schönen Seelen an. Damals beherrschte das Kino alles. Die Kinder waren oft im Kino, vor allem wenn sie püffig waren und sich durch die Hintertür reinschmuggelten. Dieser Kinosaal spiegelt den Geist dieser Zeit wieder. Ein heimliches Vergnügen, dem sich der junge Truffaut begierig hingibt. Genau wie sein von Jean-Pierre Léau verkörperter Protagonist. Drei Filme am Tag, drei Bücher pro Woche. Das ist damals die Devise des zukünftigen Regisseurs. Der besessene Beobachter lernt Dialoge auswendig und kann seine Lieblingsfilme Szene für Szene nacherzählen. Das ungeliebte Kind schrammt nur knapp an der kleinen Kriminalität vorbei und seine Leidenschaft fürs Kino rettet ihn. François Truffaut ging sehr, sehr gern ins Kino und er begann sehr früh damit. Er sagte immer, dass er das Abbild vom Leben dem echten Leben vorziehe. Er entschied sich früh für das Kino, weil er in diese Welt eintauchen wollte. Er nahm seinen Eltern übel, dass sie sich nicht um ihn kümmerten. In gewisser Weise hat das Kino seine Erziehung übernommen. Das Kino war sein Cocon, sein eigenes Universum. Ein paar Metrostationen weiter befindet sich der Lebensmittelpunkt von François Truffaut und seinem alter Ego Antoine Douanel, der Place du Clichy. Zwar steht der Gaumont-Palast heute nicht mehr, aber die Statue von Marschal-Manset, der Metroeingang und die Brasserie haben sich in keiner Weise verändert. Der Platz ist die Geburtsstätte der Nouvelle Vague. Hier entstehen die ersten Bilder aus, sie küsten und sie schlugen ihn. Dieser belebte, überfüllte Platz steht für das authentische, lebendige Paris. In den 50er Jahren sah der Platz etwas anders aus als heute. Damals waren die Gebäude viel dunkler, denn erst später wurde von André Maleroux ein Gesetz verabschiedet, das die Eigentümer dazu verpflichtet, ihre Häuser alle zehn Jahre reinigen zu lassen. Alles sah hier also viel dunkler aus. Neben der Osman-Architektur fand man Gebäude im Stil der 50er. Hier lebten viele Handwerker und Händler und es gab auch viele zwielichtige Bars mit Mädchen, die die Kunden zum Champagner-Trinken verführten. Das Viertel war ein wenig verrufen, was heute nicht mehr der Fall ist. Es ist sehr bürgerlich geworden. In den 50er Jahren, als François Truffaut hier lebte, war es noch ein Arbeiterviertel. In den Straßen des Viertels drehte er sein Hauptwerk, sie küssten und sie schlugen ihn. Auf dem Place de Clichy spielt die Szene, in der Antoine sieht, wie seine Mutter vor dem Metro-Eingang ihren Liebhaber küsst. Der wirklichkeitsnahe Film ist mitten zwischen den Passanten gedreht. Es spielen keine Stars darin mit. Umso mehr können sich die Zuschauer mit den Figuren identifizieren. Die Hauptrollen werden von Kindern gespielt. Jean-Pierre Léau und Patrick Offey, alias René Biget. Er ist Antoines bester Freund. Auf der Place Clichy haben wir mehrmals gedreht, in der Nähe der Statue neben dem Metro-Eingang und an der Ecke zur Rue Forest, die hinter mir zu sehen ist mit dem Pfandleihaus. Dort ist die Szene mit der Schreibmaschine entstanden. Wir sind ziemlich oft hierher gekommen. Es war nur ein kleines Filmteam. Nicht immer hatten wir eine Genehmigung. Bei manchen Szenen kam uns die Polizei in die Quere, es musste also schnell gehen. Wir bekamen für jeden Tag einen Drehplan und im Großen und Ganzen den Text, den wir lernen sollten. Aber nicht unbedingt Wort für Wort. Ich denke, man merkt, dass der Film einfängt, wie die Kinder damals gesprochen haben. Zum Beispiel benutzen wir oft das Adjektiv »irrsinnig«, das heute veraltet ist. Die Jungen würden das heute nie sagen. Aber wir haben das spontan so gesagt. Fernab des Trubels des Place du Clichy liegt nur wenige hundert Meter weiter die Rue Collencourt. Mit ihrer Eisenbrücke überquert sie nicht etwa die Seine, sondern die ewige Stille des Pariser Nordfriedhofs, des Cimetière de Montmartre. Hier liegen Zola, Stendal, Alexandre Dumas der Jüngere oder auch Sacha Gütry, den Truffaut sehr bewunderte. Der Friedhof ist ein Rückzugsort für den Regisseur, der die Literatur liebt und die Toten verehrt. Die Umgebung des Friedhofs ist oft in Truffauts Filmen zu sehen, vor allem in »Sie küssen und sie schlugen ihn«. Darin stürmen Antoine und René frei und wild die Treppen bis zum Eingang des Friedhofs runter. Aber auch in einer Schlüsselszene in »Liebe auf der Flucht«, dem letzten Film des Antoine-Douanel-Zyklus. Da gibt es eine lange Szene. Sie dauert neun Minuten. Antoine-Douanel trifft unverhofft auf den Liebhaber seiner Mutter. Der erzählt dem sprachlosen Antoine, dass seine Mutter ihn geliebt hat, dass sie dieses Viertel sehr geliebt hat und deswegen auf dem Cimetière de Montmartre beigesetzt werden wollte. Dass sie ihn, wenn auch auf etwas seltsamer Art und Weise, geliebt hat. Diese Szene steht für eine Art Versöhnung Antoines mit der problematischen Vergangenheit seiner Mutter. Der letzte Film der Douanel-Reihe »Liebe auf der Flucht« kommt 1979 in die Kinos. Fünf Jahre später stirbt François Truffaut mit nur 52 Jahren an einem Gehirntumor. Das Kind der Riftroat, nördlich der Seine, wollte in den schattigen Alleen des Cimetière de Montmartre zur ewigen Ruhe gebettet werden. In diesem Viertel, das er so sehr liebte, nicht weit vom Place du Clichy und den Boulevards entfernt, wo er als Kind seine glücklichsten Momente verbrachte, in der Dunkelheit der Kinosäle. Sicher ist, dass François Truffaut in das Viertel seiner Kindheit zurückkehrt. In die Nähe von Montmartre, der Place du Clichy, all diese Häuser, die nur wenige hundert Meter von seinem Leben und von seinem Werk entfernt liegen. Für alle, die François Truffaut und Paris lieben, ist es sehr berührend zu wissen, dass er sich ganz in der Nähe seines Universums befindet. Ein paar Monate vor seinem Tod schreibt Truffaut seinem alten Freund Robert Lachenay, auch wenn wir immer weiter einrosten, werden sich die einzigen Erinnerungen, die noch frisch und lebendig sind, wie Filmbilder unablässig vor unserem inneren Auge abspielen. Und zwar jene von Barbès bis Clichy, von Abbes bis Notre-Dame-de-Lorette.